so, gucken wir mal, was der Ton macht Ton ist da, oh, Ton ist laut Video ist da, Kamera ist da Hello, ihr Lieben Ladies wahrscheinlich nur, mein Name ist Chris Vielen Dank für eure Fragen, Hannah, vielen Dank für das, weiß ich nicht was du da getan hast, Wahnsinn deine Mühe, deine dein alles, genial natürlich kommen natürlich jetzt die Kids dazwischen, obwohl sie wissen, dass ich mich nicht filmen und ich stören dürfen, bleib stehen Mäuschen nicht mir kämmen so jetzt weiß jeder schon, ich bin Mom ich hab zwei großartige Kinder und einen verrückten Hund und 24.000 Aquarien seit ungefähr drei Wochen aus diversen Umständen die man nicht erklären muss und der eine mochte den anderen nicht, dann musste man noch eins kaufen, dann musste der andere eine andere Bedingung haben, fragt nicht jedenfalls haben wir eine Schnecke, die noch lebt was ich wusste, aber okay gut, darüber wollen wir gar nicht reden also Hannah, an dich, vielen, vielen Dank an alle Mädels, die ich noch nicht kenne oder Frauen oder Ladies, die ich noch nicht kenne ich versuche mein Bestes, um alle Fragen zu beantworten und ich freue mich, dass ihr euch alle für die Software R&I interessiert okay, was es zu mir zu sagen gibt, ist vielleicht noch wichtig, um so eine ganz kurze Einleitung zu machen ich hab mein Business, ich bin selbstständig seitdem ich denken kann gefühlt, ich hab aber bei Google meinen ersten Job gehabt, also ich bin ursprünglich Ökonomin studierte bei Google meinen ersten Job gehabt, hab den tatsächlich gekündigt, um meine eigene Marketing Marketingagentur zu gründen, die ich dann verkauft hab, dann bin ich nach Frankfurt in die Beratungsbranche gegangen, war dort sehr lange tätig, in meinen Augen würde ich sagen auch sehr, sehr erfolgreich, auch das was der Team Umsatz gesagt hat, dann bin ich Mutter geworden, hab mein eigenes Unternehmen versucht aufzuwahren, das auf YouTube dokumentiert und bisher sieht es ganz gut aus. in den letzten sieben Tagen habe ich tatsächlich weitere sieben Unternehmensmodelle auf den Markt gebracht, einfach als Test das war ein sehr spannendes Erlebnis, deswegen falls ich etwas, müde glaube ich nicht aber falls ich etwas zu viel redend mich anhöre, weil ich echt viel aufgenommen habe, viel gefilmt habe etc., liegt das daran und ich habe, was ja auch noch relevant ist, vor drei Jahren auch eine Beratung aufgekauft das heißt, ich habe mehrere Businessmodelle die ich manage und führe und tatsächlich alleine mein Partner, mein Mann dessen Beratung ich gekauft habe, der ist in einem Projekt noch in dem Unternehmen tätig ansonsten gibt es weder Freelancer noch irgendwelche Contractor, noch irgendwelche Angestellten ich hatte ein Team versucht aufzubauen in vier Monaten, ich habe mich dagegen entschieden weil es nicht in meine Forschung von Business passt ich wollte keine Meetings, ich wollte auch keine Selbstständigkeit mit einem Terminkalender, sondern ich habe einen Tag in der Woche, in dem ich einen Block an Meetings habe und der Rest ist komplett asynchron und irrelevant sozusagen, wann ich wo bin und das ist mir sehr wichtig gerade mit Kids, gerade mit jemandem, der eigentlich introvertiert ist und sehr viel Energie daraus zieht alleine zu sein, das bin ich, auch wenn man es mir nicht glaubt habe ich diese Eigenart entwickelt über die letzten Jahre meines Unternehmens, dass es für mich nichts Schlimmeres gibt, als einen Termin zu haben und zum Glück passt das Business und wächst und wächst genau wenn du über meine Programme dir oder wenn ihr euch über meine Programme Gedanken macht, ich habe tatsächlich, würde ich sagen, von so ganz Startern, so ich habe noch nicht meine Idee, da kann ich leider nichts tun außer einfach irgendwas beginnen und gucken, wie es läuft bis hin zu tatsächlich, das ist eher das amerikanische Modell, ich habe auch ein Business-Modell für Amerika wo es in die Richtung geht, okay wir reden wirklich über Skalieren, Teamaufbau, also alles, was du eigentlich machen musst, um das Business so vorzubereiten, dass du theoretisch verkaufen kannst und in Normalfall wollen die Leute es aber nicht verkaufen. Das geht nur um diese internen Prozesse. In Deutschland würde ich sagen, vom ersten drüber schauen, wenn jemand sagt ich kann gut alleine lernen und möchte fundierte Inhalte und bin auch fähig, die allein umzusetzen würde ich The Course Creator Course empfehlen, relativ neu, also neu und alt es war ein altes Programm von mir, was ich jetzt wieder neu auf den Markt gebracht habe und um einiges ergänzt habe, damit ich einfach das beste Programm in dem Bezug auf den Markt habe und das günstigste das ist verfügbar für alle, die sagen ich möchte eine Agentur, gibt es die Agentur Akademie relativ neu, noch in der Produktion, sehr erfolgreich also das heißt, wenn jemand gar keine Ahnung hat von irgendwas, was er machen möchte und hat auch keine Erfahrung gründet eine Social Media Agentur eine Marketing Agentur, eine Werbeagentur, da hat man die Möglichkeit sich bei den ersten Wochen in das Thema reinzudenken und dann mit jedem Kunden besser zu werden wenn jemand sagt, ich brauche wirklich eigentlich Step-by-Step Begleitung, ich möchte Einzelcoaching biete ich nicht an, aber ich möchte also doch, indirekt jetzt schon, wir reden gleich drüber aber wenn jemand sagt, ich möchte mich wöchentlich austauschen, ich möchte einen vorgegebenen Weg haben, möchte eigentlich das Bestmögliche an Betreuung haben, dann The Program, das wird in Zukunft tatsächlich eher in Richtung nur noch automatisiert wachsen gehen, aber momentan ist es noch so ausgerichtet, dass du auch da lernst den Kurs aufzubauen, dein Business-Modell aufzusetzen und ich dich dabei noch begleite. In Zukunft wird das ein bisschen gesplittet dann macht man sozusagen die Basis Arbeit davor und ich mache nur noch das automatisierte Wachstum Das ist auch tatsächlich das erfolgreichste Programm in meiner Linie, würde ich sagen einfach aufgrund der Teilnehmerzahl, der Ergebnisse, trotz Corona und diverse Marktängste läuft das extrem gut und das Letzte, was jetzt in den letzten zwei Tagen neu dazugekommen ist, neben irgendwelchen Dropshipping ich probiere gerade wirklich viel aus, musst du gerne mal auf YouTube schauen, dann siehst du das, weil es wirklich auch viel testen ist es ist noch gar nicht irgendwie etwas, wo ich jetzt sagen würde, es ist ein Business-Modell NFTs, Dropshipping-Store, der Brilliant Heads heißt ja, diverse Sachen, aber was jetzt tatsächlich sehr lange gedauert hat zu entwickeln und in meinen Augen sehr, sehr gut wird, ist dass ich versucht habe, mein Beratungsmodell, ich habe vor sechs bis neun Monaten entschieden, dass ich keine neuen Beratungskunden mehr annehme die Beratungskunden haben mich meistens gezahlt für einen Consulting-Day, also einen Tag, war aber kein Tag, es waren meistens zwei Workshop-Sessions an dem Vormittag das war pro zwei Tage, also pro Consulting-Day bei 30.000 Euro aber hat halt, wie gesagt, bezüglich Termine etc. dazu geführt, dass ich dann doch bei den Kunden also, die haben mich dann hingestellt und ich bin dort hingefahren und war dann einfach weg, habe die Kids meistens mitgenommen, aber ja, zum Glück habe ich tolle Kunden, da könnten die Kinder spielen, mein Mann ist da mitgekommen, hat ein bisschen Kinderbetreuung gemacht, das war immer super aber das ist einfach trotzdem ein Business-Modell was mir nicht mehr so gefallen hat, weil es ist ja nicht mit einem Beratungstag getan, sondern hast du Anschlussaufträge und dann geht das mal weiter und da wollte ich mich ja von verabschieden, deswegen habe ich die Entscheidung getroffen, das ausphasen zu lassen, ich habe jetzt noch ein, zwei Kunden, die nur noch weiterhin buchen und das Paket sozusagen immer erweitern aber ich habe lange gesucht, um ein Modell zu finden, dass ich das inhaltlich fast identisch anbieten kann ohne, dass ich selber vor Ort mit dem Kunden sprechen muss, hört sich doof an, klappt aber gut und das ist jetzt etwas, was in den letzten zwei Tagen auch auf den Markt gekommen ist und das ist einmal unter dem Grobnamen Consulting Boutique Grow on Eye und Grow on Eye ist wirklich eine Consulting Subscription, das ist ein sehr, sehr hochpreisiges Angebot für jemanden, der startet es sei denn, er möchte alles richtig machen, würde ich es nicht empfehlen es sei denn, du kriegst jetzt einen Gründungskredit mit rein, dann selbstverständlich weil dann hast du mich theoretisch jeden Tag an deiner Seite, aber nie One-on-One, sondern du wirst in ein Board ein Click-Up-Board oder ein Trello-Board eingefügt das dir gehört, du kannst alles reinpacken was du denkst, was du tun musst, ich könnte alles reinpacken was ich denke, was in einem strategischen Plan für dich sinnvoll ist und du hast täglich die Möglichkeit mir deine Assets, also die Ergebnisse einzureichen und ich gucke innerhalb von 24 Stunden drüber gebe dir Feedback und so geht das weiter und das ist tatsächlich der mit Sicherheit am schnellsten der erfolgsversprechendste Weg und schön ist und das ist tatsächlich etwas, wo alle jetzt mittlerweile die große Augen kriegen, sagen, bitte was du kannst die derzeit pausieren natürlich nicht jeden Tag aber wenn du sagst, hey, ich mache jetzt zwei Wochen ich habe jetzt den Monat bezahlt, ich mache zwei Wochen danach habe ich zwei Wochen Urlaub oder möchte zwei Wochen umsetzen pausierst du zwei Wochen und du hast dann die Zeit mit mir sozusagen gut geschrieben unter der Woche natürlich nur, aber die zwei Wochen alles ist asynchron, musst dir keine Meeting-Termine freimachen da ich sehr, sehr viele Kunden habe aus, die hohe Position der Unternehmen haben die eigene Firmen führen und sagen, ich möchte parallel was anders machen oder umstrukturieren, habe ich einfach gemerkt oder auch tatsächlich, wir haben sehr große Namen wir, ich, auch in der Branche auch vor allem international da, die gehen halt nicht in Gruppen-Meeting und deswegen ist das eine ganz gute Lösung und tatsächlich letzten, weiß nicht 20 Stunden ist noch hinzugekommen dass ich gedacht habe, ich habe ja die Agenturakademie also sollte ich ein Produkt wieder ein bisschen aufleben lassen was ich früher hatte und das war ja, das ist jetzt ein bisschen anders gemacht weil es auch in diesen asynchronen Stil geht aber das war eine Content-Kampagnen-Strategie und das heißt, es gibt jetzt das Content-Campaign-Studio wo du auch sagen kannst, theoretisch Chris, übernimm mein Marketing auch immer nur so, dass wir an einem Asset arbeiten Schritt für Schritt, wir machen deinen Growth-Plan fertig und ja, jedenfalls, das sind zwei neue Angebote die dann wirklich, würde ich sagen das nächste, was irgendwie einzelnmäßig an mich herankommt ist, aber so, dass es auch in deinen Alltag hoffentlich passt oder später in deinen Alltag passen wird wenn du sagst, ich kann keine Meetings machen aber ich will eigentlich jeden Tag die Möglichkeit haben wenn ich eine Idee habe, das irgendwo reinzupacken und wir können Schritt für Schritt die Wichtigkeit ist dabei, es wird eine Sache abgearbeitet nicht mehr, das umsetzen ja, das war alles, was ich so bei mich sagen könnte sagen sollte jetzt geht es nur noch um dich und um deine Fragen und die kleine Einladung hat hoffentlich geholfen ein bisschen dich mitzunehmen damit du auch weißt ich bin tatsächlich die Beste in der Branche in diesem sehr speziellen Gebiet dass ich sehr schlankes, skalierbare so gut es gehen automatisierte Businesses aufbaue die ja bei den Kunden in den kompletten Fokus rücken also wenn kommuniziere ich, ich bin nicht erreichbar oder ich rede nicht mit dir sondern ich helfe dir nur mit die Sachen umzusetzen aber diese ganze Automatisierung dient nicht dazu dass der Kunde mich nicht mehr hat sondern es dient eigentlich dazu, dass ich sagen kann ich bin mehr für den Kunden da aber die Akquise, also wie kommen die Kunden zu mir ist eigentlich groß und teils automatisiert oder sehr schlank aufgebaut und sehr sales-psychologisch untermauert ich habe glaube ich viele Psychologinnen hier drin ihr werdet das wirst wahrscheinlich in den Inhalten dann sehen können eine große Frage sage ich beim Thema Marketing Kundengewinnung im Auge sehr schön, Kundengewinnung ist das lustig, dass du Kundengewinnung schreibst, Hanna Sales, ich liebe Sales und ja, der mit mir arbeitet, wird das auch tun, irgendwann sehr schön du hast Run and I gezeigt, sie waren begeistert schön, sehr gut, sehr gut, sehr gut das freut mich sehr soll ich dir kurz deine Frage auch beantworten du hast nämlich gefragt ob du Videosprechstunden mit den Patienten machen kannst und er soll sich auf der Seite selbst einen Termin buchen Bestätigung bekommen und Sprechstunden, ja, das geht das einzige, also du kannst in Run and I einrichten du hast einen Kalender du kannst auch mehrere Kalender einrichten deinen Teamkalender geben du kannst genau einrichten das mit Google wenn du Google Kalender auch nutzt synchronisieren wenn du mal irgendwann einen anderen Termin drin hast damit das nicht sich belegt gegenseitig das kann alles automatisiert werden die Kalender sind auch sehr, sehr schick sind gut ausgefallen mir sehr, sehr gut aktuell und das kann auch so ein also wie gesagt ein Round Robin sein wenn du jetzt vielleicht noch jemand anders mit drin hast ein Teammitglied ansonsten gibt es deinen Kalender die können sich das auch buchen du kannst vorher Fragen Abfragen machen die können sogar die Termine vielleicht auch nur bezahlt buchen je nachdem was du möchtest aber es kann sein, dass du sagst jeder Termin mir muss vorher bezahlt werden vielleicht eine Anzahlung etc weiß ich nicht, wie du das anbieten möchtest das einzige, was wichtig ist wir haben zwar eine Zoom-Integration also du kannst danach einen automatisierten Zoom oder ich glaube Teams ist es, ne? Link schicken nee, Google Meet haben wir Teams haben wir noch nicht du kannst zwar den Outlook-Kalender integrieren aber du hast noch nicht Teams aber du hast einen Zoom Microsoft ist in der Hinsicht anstrengend aber das weiß man bestimmt du hast Zoom oder Google Meet aber das musst du halt so also Google Meet kostet ja nichts wenn du eine Subscription hast von dem Google Workspace aber wenn du jetzt Zoom nutzen möchtest brauchst du halt diesen Zoom-Account zusätzlich wir haben nicht intern eine Video-Konferenz-Plattform da drin aber der Rest geht Fragen der Psychologin Ortsangabe reine Online-Paxis Tätigkeit nötig das ist tatsächlich eine sehr sehr häufige Frage oh spannend okay ich glaube es geht einmal Ortsangabe mit im Sinne von möchte ich wirklich dass meine Adresse überall steht und der zweite Teil aber Kundengewinnung vor Ort ne? wenn man einen Standort hat in Berlin wenn man einen Standort angibt okay das muss ich differenziert betrachten das erste ist ja du musst immer etwas angeben und deinen Ort angeben ich habe am Anfang damit sehr 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 stark mit mir gehadert weil ich einfach nicht meine Adresse irgendwie haben wollte jetzt fällt es mir noch schwer meine Firma hat meinen Namen ich habe tatsächlich bei Google beantragt dass sie die Firma rausnehmen weil das war ja ein anderer Name früher ich habe es ja umfilmiert in meinen Namen weil mir es einfach unangenehm war aber man muss in seiner Webseite die Adresse eingeben der Firma da kommt nichts dran vorbei das Einzige ich bin keine Juristin aber das Einzige was meines Erachtens gehen würde habe ich aber dann auch nicht mehr gemacht weil es geht ja tatsächlich in der Angabe nur darum dass man weiß wo du bist also dass man dich erreichen kann es gibt ja ein wie heißt das ein Briefscanservice Dropscan meine ich heißt der das heißt da kannst du das musst du abonnieren und dann kannst du alle deine Posts sozusagen einscannen lassen von denen und dann wird dir der Scan in einem Online-Postfach zur Verfügung gestellt eigentlich ist der Grund dieses ganzen Service nur dass du deine ganzen Briefe digitalisiert hast und nicht mehr die Post manuell öffnen musst aber das Verfahren dahinter ist du buchst den Service und dann gibst du bei der Post einen Nachsenderauftrag an und alle Briefe werden dann dahin gesendet in deinem Postfach in Berlin und in meinen Augen würde das funktionieren vermute ich wie gesagt kein Jurist weil du hast ja dann eine Möglichkeit dass man dich postalisch kontaktieren kann man kann zwar nicht auf der Matte stehen aber man kann postalisch dich kontaktieren und du gibst dir auch eine richtige Adresse ein also das könnte ich mir vorstellen als kleiner Workaround aber theoretisch in fast allen anderen Fällen kann es sein dass man sagt nee geht nicht und du musst deine Adresse angeben die Kundengewinnung wenn man einen Standort hat der auch wirklich in Berlin ist das finde ich sehr spannend weil das kommt natürlich darauf an ob du auch eine Praxis vor Ort haben möchtest wenn du sagst ich habe reine Online-Beratung ist es nicht unbedingt nötig aber es ist schon hilfreich dass die Leute wissen wo du bist weil auch wenn jemand bei dir jetzt nicht vor Ort reingeht und mit dir arbeiten will hat man trotzdem das Gefühl oh sie ist ja in Berlin sie ist ja theoretisch nebenan und wenn mal irgendwie also das ist einfach ein Vertrautheitsbonus den man schon hat plus du hast natürlich eine sehr sehr gute Möglichkeit wenn du irgendwann mal sagst ich möchte Anzeigen schalten oder sonst was oder ich möchte das können wir in Run on Eye auch bestimmte Kunden je nach Ort anders ansprechen kannst du dann zum Beispiel auf die Landungsseite wenn der Kunde schon registriert ist sagen hey hast du schon gesehen in Berlin also das heißt du kannst auch solche Sachen mit einbeziehen was so ein bisschen dieses ganze regionale Marketing betrifft und regionales Marketing ist tatsächlich sehr sehr stark weil die Leute einfach darauf anspringen wenn sie diese Vertrautheitsfaktoren haben wenn du startest ist das das Unwichtigste wo du dir gerade Gedanken drüber machen musst aber ja du brauchst einen Standort und solange du aber nicht bei Google sagst ey das ist meine Firma die ist hier bitte bestätigt mir das wird das normalerweise auch nicht gelistet meines Wissens zumindest das letzte was ich habe seitdem ich bei Google war vielleicht hat sich das geändert mir hat jetzt jemand geschrieben die wurde einfach dort gelistet das kann ich mir nicht vorstellen du musst normalerweise das beantragen dann kriegst du so einen Brief mit einer Nummer geschickt und dann musst du die eingeben damit ja auch der Standort dann bestätigt wird da aber aufpassen du kriegst es halt nicht mehr so schnell raus worauf soll ich mich am Anfang fokussieren um sichtbar zu werden muss ich Social Media Kanäle machen auf gar keinen Fall das ist die beste Frage überhaupt wahrscheinlich hat Hannah mir die Besuchste reingepackt weil sie weiß was ich dazu denke meine Strategie ist in zwei verschiedenen Parts immer unterschieden sondern das heißt ich sage es gibt eine kurz einen Short Term Traffic und einen Long Term Traffic und es gibt noch bezahlten Traffic und Partner Affiliate Traffic das sind so diese Arten von Traffic Traffic bedeutet Menschen werden auf dich aufmerksam wahrscheinlich auf eine Webseite von dir und du entscheidest eigentlich okay ich sage es jetzt deutlich möchte ich mich totarbeiten und eventuell schnell Leute erreichen dann ist es Instagram und Co oder möchte ich vielleicht nicht sofort jemanden erreichen aber möchte eine langfristige Strategie haben dann wäre es YouTube oder ein YouTube Podcast bewusst beides YouTube weil beide Plattformen haben unterschiedliche Schwerpunkte du kannst auch noch TikTok machen da arbeitest du dich komplett tot und machst dich ein bisschen lächerlich kann aber kurzfristig funktionieren damit du alles nachvollziehen kannst dieses Rating was du so im Kopf haben kannst du hast ungefähr 100 YouTube Abonnenten das ist äquivalent so 1000 Instagram Abonnenten das ist äquivalent so 10.000 TikTok Abonnenten einfach von der Art wie Leute dich in Erinnerung behalten auf den unterschiedlichen Plattformen und wenn du jetzt sagst ich möchte langfristig was aufbauen und ein gewisses Standing haben in meinen Augen immer YouTube aber YouTube braucht vielleicht eine Zeit vor allem wenn du einfach nur anfängst irgendwelche Videos zu produzieren und das nicht ordentlich ein bisschen planst Suchmaschine optimiert etc. eine Zeit damit die Videos gefunden werden das ist zum Beispiel auch ein Grund warum ich in besagten Content Campaign Studio sage hey wenn du als Aufgabe für mich hast in diesem Moment du möchtest YouTube machen gut dann machen wir erstmal ein YouTube Kanal Planning dann machen wir wenn du das abgesegnet hast Preview hin und her steht brauchst du den YouTube Kanal auf hast du den YouTube Kanal aufgebaut darfst du mir eine neue Aufgabe geben dann machen wir Suchmaschine Optimierung und gucken okay weil Deutschland und YouTube ist sehr gut aber das ist oft noch sehr nischig das heißt wir müssen schön schauen welche Keywords nutzen wir wie können wir die Suchmaschine Optimierung vorantreiben wie kannst du dort auch gefunden werden YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt nach Google gehört zu Google das heißt wenn du was machen möchtest wo du sagst okay ich mache heute was und in zwei Jahren kriege ich davon auch Kunden natürlich YouTube plus Psychologie du darfst das nicht unterschätzen der Aspekt man sieht ein Video von dir über eine längere Zeit und hört dich reden in unterschiedlichen Situationen sieht die Umgebung muss ich also eine Zeit lang auf dich einlassen im Vergleich zu ich swipe mal kurz also man denkt automatisch nach fünf, sechs YouTube Videos ich kenne die Person währenddessen wenn du dir einfach nur eine Slide irgendwo anschaust auf Instagram das ist natürlich sofort wieder weg ja was eine Strategie ist die meine YouTuber nächste ja wahrscheinlich in drei Monaten eine nächste Strategie lernen werden und dann kann ich ihnen auch die Daten geben ist eine Mischung mag jetzt komplex klingen ist vielleicht auch ein bisschen komplex aber ist nicht unbedingt so schwierig wird auch eine Sache sein die ich tatsächlich im Content Campaign Study anbiete außer dass ich nicht schneide aber den ganzen Konzeptaufbau werde ich anbieten und natürlich die Inhalte die da reingehören heißt du machst vier Long Term Traffic Formate also Long Format ist YouTube Podcast alles was lange auf der Plattform bleibt lange gefunden wird und wahrscheinlich auch meistens eine Länge etwas länger ist weil das einfach gerade YouTube positioniert sich so wir wollen Long Term wir wollen die Shorts nicht mehr unbedingt die funktionieren zwar noch aber wir wollen eigentlich lange Inhalte haben und dann machst du vier und aus diesen vier holst du dir natürlich verschiedene kleine Sachen raus das heißt du hast als Aufgabe eigentlich wenn du mit mir jetzt arbeiten solltest in dem Studio wie gesagt das ist jetzt nicht das günstigste ist ja klar aber wenn du es alleine machst geht das genauso das werde ich meinen YouTuber Leuten auch beibringen also wenn du das gelbes YouTube buchen möchtest ist das auch sehr schnell gut um sich zu positionieren in meinen Augen aber dabei die ersten Ergebnisse danach kommt das sagst du ich mache vier Videos pro Monat vielleicht am Anfang ein bisschen mehr aber ich mache prinzipiell vier lange größere Formate im Monat und aus diesen Formaten ziehe ich mir alles raus da kommen meine E-Mails raus meine Landungsseiten raus vielleicht mal eine Newsletter Page also ein Blogartikel Page da kommen Instagram Postings Zitate raus also das ist alles was dann so ein Marketing ist in meinen Augen ist das YouTube Video Sales und der Rest ist Marketing oder Branding und der Rest ist Marketing und der Hintergedanke ist du nimmst die ganzen Short Term Formate und leitest nicht etwa auf deine Sales Page sondern du leitest damit auf das YouTube Video weil der YouTube Video ist der Vertrauensfaktor und aus dem YouTube Video kaufen die Leute ja und die Strategie zeige ich aber die ist in meinen Augen sehr sehr gut und brauche aber natürlich ein bisschen bis eine Suchmaschine auch reagiert wenn man jetzt sagt ich bin jemand der sehr outgoing ist und ich habe gar kein Problem damit dass ich mir einen Social Media Kanal aufbaue und das ist eine Strategie die wir natürlich mit drin haben dass du sagst ich mache da eine bestimmte Art von Content da gibt es ein Forever Green Framework dass du einmal eine Art Content aufsetzt damit dein Instagram Profil so wie so eine Sales Page bleibt aber es sieht natürlich nicht so aus aber dass die Kunden genau wissen was sie an Infos brauchen und sofort wissen ob sie bald hier bleiben wollen oder nicht und ob sie es interessiert was du machst aber dann ist natürlich das super um wirklich Leute proaktiv anzuschreiben also wenn du merkst auf YouTube da kommt keiner zu dir und du hast du magst das dass du deine Kunden wirklich proaktiv mit denen nicht nur sagst ey kauf bei mir oder buch mich sondern du möchtest sie kennenlernen Kontakt aufbauen etc dann ist es natürlich eine super Strategie dass man dann Instagram nutzt um wirklich proaktiv auf die Leute zuzugehen also ich würde sagen organisch wächst Instagram gerade gar nicht ehrlich gesagt die wollen auch wieder stärker auf Images setzen also da muss man mal schauen wie sich das entwickelt aber wirklich noch die Plattform zu nutzen ein sichtbares Profil zu haben und dann auf Leute zuzugehen das kann sehr gut funktionieren würde ich aber nur begleitend empfehlen zu einer langfristigen Strategie wie einen YouTube-Kanal zu führen um sichtbar zu werden also ich würde diese Mischung tatsächlich machen sichtbar wird man nicht nur mit einem YouTube-Kanal es sei denn du hast so schöne Themen recherchiert und du hast so eine Nische dass das sofort passiert aber auch da du musst theoretisch am Anfang durchziehen dass du jede Woche zwei, drei Videos produzierst und vermarktest das ist nicht leicht ich weiß das von meinen Kunden jeder hat normalerweise nach vier Wochen auf und dann ist natürlich ein Knick drin und das merkt YouTube und dann greift er das nicht richtig und der Algorithmus hat das nicht verstanden was du anbietest aber gerade in dem psychologischen Umfeld alles was so Persönlichkeitsentwicklung Psychologie mit Menschen arbeiten da ist natürlich ein YouTube-Video genial weil der Vertrauensfaktor halt da ist das ist anders als wenn du jetzt Bleistifte verkaufst da brauchst du nicht unbedingt Spezialisierung als Psychologin wir beraten in allen Lebensbereichen in allen möglichen Tendenzen ja sehr schöne Frage ich mache das sehr einfach mit meinen Spezialisierungen das ist eigentlich auch relativ egal ob du Psychologin bist Business Coach oder wie ich Beraterin du guckst einfach das Ergebnis an das heißt es gibt ja die Leute die sagen du brauchst irgendeine spezielle Nische das sehe ich anders eine Nische ist ja eigentlich dieses ich rede nur mit Frauen die mit 30 sind und Kinder haben das finde ich albern eine Nische ist für mich eine andere Variante der Nische ist ich rede nur mit Autohäusern unter 10 Mitarbeitern und das sind mich auch nicht meine Definition davon ist dass du drei Level tief gehst in Sachen Transformation also dein Kunde ist da und ist unzufrieden dein Kunde ist da und ist unzufrieden mit seinem Gewicht dein Kunde ist da und ist unzufrieden mit seinem Gewicht aufgrund der Tatsache dass er als Kind von seinem Vater geschlagen wurde und das ist sozusagen der Kunde an sich jetzt und jetzt willst du gucken wo will der Kunde hin also die Schmerzidentität nenne ich das meistens wo will der Kunde hin und diese Schmerzidentität kommunizierst du mit ihm nicht sondern das ist nur dass du das weißt aber wo will er hin er möchte ein gesundes er möchte abnehmen okay er möchte abnehmen indem er ein gesundes Verhältnis zum Essen aufbaut und keine Fressattacken mehr hat und er möchte abnehmen dass wenn er mal so viel isst sich nicht schlecht fühlt und nicht an sich selbst zweifelt so ungefähr also das könnte zum Beispiel eine Transformation sein die jetzt sehr ja sehr nischig ist aber ich könnte es auch sagen ich helfe was sind denn so klassische Beispiele von meinen Kunden auch manchmal also wir haben relativ viele aus Psychologien wir haben auch viele Ärzte tatsächlich bei uns muss ich gucken was ich jetzt verraten darf wenn man nicht gleich weiß wen ich meine aber die wir haben Traumata die bei Frauen speziell wir haben Narzissmus speziell bei Frauen in Ehen ohne Kinder also das sind so diese Nischen die man da definieren kann aber theoretisch hat sie auch Kunden dass das noch nicht mal Frauen sind und noch nicht mal in der Ehe waren und noch nicht mal kinderlos oder Kinder haben sondern das sind einfach Leute die die Art wie sie mit Narzissmus umgeht haben möchten also es geht um die das Ergebnis ja und das ist so ein bisschen der Fokus also überleg dir was möchtest du als Endresultat für deinen Kunden haben eine schöne Übung die ich mit meinen Kunden mal mache ist dass ich sage hey du weißt ja vielleicht was ein Testimonial ist also diese Kundenbewertung die ich kategorisch ablehne aber die auf Webseiten normalerweise sind ich möchte nicht dass meine Kunden sich vergleichen und ich kann mir das glaube ich mittlerweile leisten dass ich die runternehme am Anfang ist das super weil die Leute sich identifizieren können mit anderen Menschen aber das heißt du überlegst dir was wäre das ideale Testimonial auf der Webseite also was würde der Kunde bei dich sagen und was wäre das Ergebnis was er hat in seinem Leben und das ist oft dann das was eigentlich schon eine Nische sein kann oder eine Spezialisierung sein kann wo du denkst wenn das jemand erreicht hat bin ich wirklich stolz und das kannst du dir egal sein was das für Männlein, Weiblein, Alter Lebenssituation ist weil das das Ergebnis ist und da dieser Gedanke drei Level tief gehen also noch was Emotionales mit einbeziehen dass man wirklich sagen kann ich kann den Schmerz ansprechen wenn ich mein erstes Angebot erstelle soll ich erst einen Online-Kurs verkaufen oder 1 zu 1 Beratung das ist natürlich schwierig wenn du es gibt beides Online-Kurse sind momentan Online-Kurse ist immer die Zukunft aber es ist natürlich so dass momentan so viele Online-Kurse auf dem Markt sind dass man nicht mehr so schnell sehen kann wie gut jemand ist oder wie schlecht jemand ist deswegen ist natürlich YouTube eine super Möglichkeit zu sagen wir ersetzen diesen Gap aus ich weiß wirklich wovon ich spreche durch hey du siehst das ja schon auf meinem YouTube-Kanal also möchtest du auch von mir lernen 1 zu 1 Beratungen sind natürlich in dem Bereich einfach naheliegender weil deswegen mache ich auch die Agenturakademie also theoretisch wäre das auch interessant für jemanden der sagt ich möchte mit einer Agentur das ist halt eine Beratungsagentur oder eben in dem Sinne weil wir da einfach sagen können okay du bietest an dass du das Problem mit ihm gemeinsam löst natürlich in einer gewissen skalierbaren und automatisierten Art sonst wäre es keine Agentur die ich mit aufbauen würde aber da ist natürlich leichter das Ergebnis da als zu sagen ich wurschle mich da selber durch kommt aber auch ein bisschen darauf an was du für Kunden hast also du kannst auch durchaus ein Hybrid anbieten weil du sagst der Kunde wird sich mir gegenüber niemals öffnen und sagst dann hey ich mache einen Kurs fertig wo er bestimmte ganz konkrete Sachen lernt zum Beispiel so lernst du mit einer Situation XY umzugehen ohne das zu tun so lernst du eine Situation XY nicht mehr haben zu müssen damit das nicht mehr passiert also wirklich konkrete Ergebnisse und dieser 1 zu 1 Teil wäre dann wenn du Schwierigkeiten damit hast hast du zum Beispiel haben wir ein Discord Channel oder irgendetwas es gibt auch viel ich glaube mit Voxer das ist auch so eine Kommunikationsplattform die Coaches oft nehmen kann man Sprachnachrichten auch schicken und die sind nicht jetzt wie Whatsapps und die werden nicht abgehört ich weiß nicht das stimmt aber so und kann dann sagen hey du kannst mir dennoch Fragen stellen und ich beantworte dir die aber du brauchst nicht wirklich sagen du musst dich nicht zeigen ich muss dich nicht sehen wir müssen das nicht durcharbeiten sondern einfach nur du gehst die Inhalte durch das wäre der Hybrid mit dem Kurs und ich bin da für Feedback sowas wäre zum Beispiel was oder wenn du das ist das was wir in der Consulting Boutique auch mit ich meine da bauen wir viel auf gerade in diesem Programm diesem Grow on Eye Programm aber später vielleicht kommt es ein Hybrid Consulting Accelerator der wird aber wahrscheinlich erst im September auf den Markt kommen also wenn du dir Consulting Boutique.com mal ansiehst wirst du das sehen und der wird so aufgebaut sein dass du wirklich wie gesagt diese hybride Berater und hybride heißt nicht in dem Sinne remote und nicht remote wir sind natürlich remote sondern heißt du mischt die Präsenzzeit mit dem Kunden und Reviews die asynchron sind also nicht ihr müsst nicht gleichzeitig in einem Ort sein sondern du kannst was voraufnehmen er reicht dir was ein mit einem gewissen Bereich an voraufgezeichneten Materialien das kannst du natürlich super kombinieren ja aber ich würde gucken was der Markt möchte wenn du schon dir einen Namen aufgebaut hast wenn du schon viele Leute irgendwie auf irgendeinem Social Media Kanal hast und die Leute wollen theoretisch schon den Kurs cool wenn du noch gar keinen hast wird es wahrscheinlich schlauer sein diese Beratung online anzubieten bekomme keine Anfrage ich habe Flyer erstellt ja klar meldet sich da kein Kunde okay Flyer kannst knicken Visitenkarten brauchst du auch nicht Webseite okay Gesellschaften eingetragen gelistet das ist gut so als Proof dass es dich gibt und dass du was zu sagen hast aber es meldet sich kein Kunde wie gewinne ich Klienten da gibt es auch zwei verschiedene Möglichkeiten du kannst entweder zeigen was dein Kunde möchte und stellst dich in dem Bereich dar das ist so eine Sache die Coaches sehr viel tun gehe ich gleich kurz drauf ein und auch natürlich inwieweit du das machen könntest in deinem Bereich ich gehe mal davon aus dass alles Psychologinnen sind ansonsten müsst ihr mich nochmal korrigieren dann kommt zu einem zweites Video oder du gibst natürlich die Möglichkeit dass du den Kunden zeigst wie er bestimmte Sachen handeln kann also dass er dich findet dass man versucht organisch ihn auf dich aufmerksam zu machen bitte lass alle Flyer und Visitenkarten weg Website ist auch eigentlich egal Website ist immer schön nachdem wie sie aufgebaut ist du kannst langfristig dann irgendwann eine Website Strategie machen wo du sagst ich mache Suchmaschinenoptimierung dass die Leute mich auch finden aber da musst du dir eigentlich ein Spezialthema aussuchen also ich bin immer sehr konkret deswegen hoffe ich das passt jetzt ich würde konkret sein du machst folgendes du sagst entweder ich zeige das Leben wenn du vielleicht ich weiß nicht inwieweit das der Fall ist aber wenn du zum Beispiel das selbst erlebt hast was du jetzt den Kunden online anbietest weil du vielleicht gesagt hast in meiner ganzen Expertise in meiner Erfahrung habe ich gemerkt das Thema hat mich selbst am meisten beschäftigt weil ich vielleicht persönlich damit auch ein bisschen befasst war das ist jetzt mein Hauptthema könntest du den Leuten zeigen okay wie ist es ohne dieses Problem zu leben wenn du jetzt ich muss jetzt wieder mit Essstörungen anfangen das ist das naheliegendste für mich weil das ja sichtbar ist also dann kannst du sagen hey auch wenn ich Psychologin bin mein Gott passiert habe ich ein ganz furchtbares Verhältnis zu mir in meinem Körper gehabt war fast runter gehungert fast verstorben etc und das war ja auch ein Zwiespalt dann wahrscheinlich weil ich im Kopf wusste das geht nicht so aber mein Körper und mein eigener Kopf haben nicht mitgemacht dann habe ich mich wieder da rausgeholt dann zeigst du sozusagen auf YouTube auf diversen Themen Blogartikeln wie du das gelöst hast also du zeigst den Weg und was das Ergebnis ist und lass deine Kunden denken guck mal alle sagen ich muss das und das machen um meine Essstörung loszuwerden sie hat es ganz anders gelöst sie ist Profi ich möchte von ihr lernen also das heißt du versuchst dieses Verbindungselement zu nutzen damit die Leute sagen oh das war sie vorher das ist sie jetzt ich möchte das lernen also gehe ich natürlich zu ihr wo da auch natürlich Kurs mit Kombi 1 zu 1 Beratung super wäre Coaches machen das gerade ein bisschen extrem das heißt du zeigst dieses wir haben alle so viel Geld auch wenn wir irgendwie gar kein Business haben wir sind alle zwölf und haben ein Lebensberatungsbusiness und verdienen acht, neun, zwölfst ich glaube manchmal wissen sie gar nicht was siebenstellig wirklich bedeutet und erzählen dann immer mit Einzelcoachings über Mindset verdienen dann so viel Geld das ist aber natürlich da fällt auch der eine oder andere auf rein und dann sieht man natürlich diese Welt wo dann immer irgendwelche Leute sich präsentieren und sagen oh ich habe jetzt hier eine Auszeichnung von irgendeiner Edupage bekommen mit irgendwelchen Summen die ich da eingenommen habe etc. und dann bin ich schon der Coach das heißt natürlich nicht es gibt auch Coaches die nicht viel Geld verdienen die mega gut sind und genauso gibt es Coaches die sehr viel Geld verdienen aber jeder Kunde sagt in der zweiten Sitzung das war das furchtbarste überhaupt da ist halt so ein Unterschied aber das ist natürlich etwas was triggert denn jeder Coach der Coach werden will sieht natürlich den Coach der Coach verdient sehr viel Geld also will man das auch deswegen zieht sich sozusagen das durch dass man das Ergebnis möchte und dadurch demjenigen auch hoffentlich mittlerweile mehr Misstrauen entgegenbringt und ein bisschen mehr recherchiert in der heutigen Marktzeit aber früher wahrscheinlich das nicht so getan hat das andere wäre zu sagen du befasst dich einfach sehr intensiv mit einem Thema ich würde dir empfehlen dass du dir dann ein, zwei Themen raussetzt raussetzt mit denen du anfängst die in Richtung dieses Ergebnis was die Kunden wollen gehen und dann sagst okay ich möchte jetzt in diesem Bereich Expertin werden guck mir an was der Markt macht kannst gerne auf Amazon recherchieren das ist immer ein sehr sehr schönes Thema wenn du jetzt sagst ich mache zum Beispiel Narzissmus dann guckst du nach den gängigen Narzissmus Büchern schaust in den Kommentaren was fanden die Kunden gut was fanden sie schlecht an dem Buch dann kannst du so anfangen deine eigene Methode daraus zu entwickeln das ist auch ein Hauptteil den wir dann in der Programme machen die Methodenentwicklung dass du eigene Strategien lernst herauszufinden okay meine Kunden wollen das Ergebnis haben das funktioniert hat nicht funktioniert jetzt zeige ich ihnen sozusagen eine neue Welt wie es funktionieren könnte mit der eigenen Methodik und damit verkaufst du deine Methode nicht mehr dich selber und die Kunden lernen die Methodik anzuwenden und damit dann das was sie bisher nicht hinbekommen haben hoffentlich zu überwinden wenn die Methode zu ihnen passt und wenn du das jetzt promoten möchtest und damit Kunden gewinnen möchtest reicht das erstmal schon also reicht nicht aber es ist der erste Schritt zu sagen ich positioniere mich so dass ich jetzt nicht sage hey Narzissmus ich helfe dir sondern sage Narzissmus bewältigen ohne sich von deinem Mann zu trennen wäre ja vielleicht was oder etwas was die Kunden gar nicht erwarten dass es klappt bei mir war es zum Beispiel das Beispiel 10.000 Euro mehr im Mord ohne nächtelang durchzuarbeiten weil das wirklich der Switch war ich habe tot gearbeitet das hat nicht geklappt und dann hatte meine kleine Tochter da hatte ich so ein Coworking Arbeitsplatz wo sie mit dabei war und konnte neben mir arbeiten der hat Pleite gemacht den wollte ich nicht kaufen tatsächlich war das nämlich ein Angebot aber den wollte ich nicht und dann musste ich meine ganzen Kunden bedienen während mein Kind dabei war und dann konnte ich halt nicht mehr dann hatte ich nur noch zwei Stunden Zeit pro Tag im Vergleich zu fünf, sechs Stunden Zeit und dann musste ich halt alles automatisieren runterkürzen etc. und gegen meiner Vorstellung ist das Business explodiert anstatt dass es crasht also die Nöchte lang durcharbeiten die ich erst versucht habe waren dann weg und das Business ging nach oben bis zum geht nicht mehr und das war genau das was ich beigebracht habe jeder erwartet du musst Anzeigen schalten du musst Live-Lounges machen ich mache keine Anzeigen ich mache keine Live-Lounges weil gerade da war mein Kind noch klein also meine Tochter ist jetzt sechs mein Sohn drei ich kann nicht drei Tage Live-Loungen da passt nicht die sind den ganzen Tag hier ich habe sie aus der Kita genommen vor ein paar Wochen jetzt damit ich die Schulzeit oder vor der Schulzeit noch ein bisschen mit der Großen genießen kann und der Kleine könnte eh den ganzen Tag hierbleiben das war besser denke ich sehr spezielle Meinung ich weiß aber das heißt ich kann nicht sagen ich bin jetzt drei Tage jeden Tag acht Stunden live gefühlt und dann habe ich dieses hin und her ich muss eine Familie näher ein Haus bezahlen und dann kann ich nicht sagen ich habe mal einen Monat Umsatzeinnahmen und dann crashe ich wieder weil ich halt keinen Live-Lounge gemacht habe oder weil ich nach dem Live-Lounge bin aber dann muss ich ganz viel Social-Media-Marketing machen weil sonst würde ich ja keine Umsätze haben und dann mache ich ganz viel Social-Media und Content umsonst damit ich wieder ein bisschen Leute auf meiner E-Mail-Liste habe um dann wieder einen Live-Lounge zu machen das war alles für mich komplett unsinnig ich wollte etwas was einfach nicht diese Sprünge hat sondern kontinuierlich weiter hoch geht und das ist dann meine Lösung gewesen und das bringe ich bei genau also das heißt ich würde empfehlen auch nicht diese also wenn du Flyer und Visitenkarten hast ja aber ich würde mir überlegen wo sind denn deine Kunden und was denken denn deine Kunden tun zu müssen um das Ergebnis zu erreichen was sie wollen und was wollen sie nicht und wie kannst du ihnen vielleicht einen Weg liefern dass sie das nicht tun müssen was sie nicht wollen und dafür trotzdem das Ergebnis kriegen wichtig wäre auch dass wenn du jetzt dir eine Nische auslust oder einen bestimmten Kunden oder ein Ergebnis dass sie auch wissen dass es das Problem gibt ja also es ist immer oft so dass Leute sagen ja such dir nicht eine bekannte Nische weil das ist ja schon so voll Red Ocean, Blue Ocean aber ich würde schon schauen dass es ein Markt ist den man auch hat also wenn ich jetzt theoretisch anfangen würde das war ein bisschen damals in meiner Marketingagentur so das war ein Marketing für Bio-Unternehmen damals hat Bio-Unternehmen noch nicht verstanden dass es eine Marketingstrategie gibt sondern es war einfach nur Webdesign und das wollte ich nicht machen das heißt aber ein Produktangebot für einen Markt eine komplette Marketingstrategie strategische Beratung etc die waren gerade erst mal so weit dass sie online gegangen sind und eine Webseite wollten also war gar kein Problem in Sicht was die hatten heutzutage war erst mal einiges anders aber damals war das so und wenn du jetzt ein Programm erstellst oder ein Kurs oder auch ein Angebot erstellst und du musst den Leuten erst mal erklären ihr braucht eine Marketingstrategie ihr müsst damit umgehen können das ist ein Problem was du hast auch wenn du es nicht siehst dann wird das nichts aber lieber das wo sofort für jeden sichtbar ist ist ein Problem und wo der Kunde auch schon nach einer Lösung sucht und dann dich eben nur für deine Lösung entscheidet und dann versuch auf denen da präsent zu sein wo er ist kombiniert durch YouTube da findest du mich so oder proaktiv ich komme mal ich werde auf dich aufmerksam oder ich versuche Kooperationen zu knüpfen zu Praxen also anderen Leuten die diese Community schon haben die eventuell meine Kunden sind und dadurch bekomme ich dann Kunden du kannst immer noch sagen irgendwann mache ich auch eine Anzeige und spreche sie proaktiv an aber wenn du Anzeigen schaltest auf ein nicht funktionierendes System wird es einfach nur teuer und du hast dann keine bezahlten Kunden du hast dann vielleicht ein paar Leads also E-Mail-Adressen ich würde sagen wir bauen das organische System zuerst auf du weißt also wie du von Kunden sieht mich das erste Mal bis hin zu Kunde Kauf kommst und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist dass das passiert und dann kannst du normalerweise läuft es dann organisch besser weil dann kannst du ja mehr organisch machen also mehr Videos für mehr und dann weißt du dass immer mehr Kunden auch kommen aber wenn du da dann theoretisch noch Anzeigen drauf schaltest dann weißt du dass es auch funktioniert weil das Backend sozusagen klappt wie viel Zeit nimmt es in Anspruch eine Online-Selbstständigkeit aufzubauen boah das kann ich überhaupt nicht sagen weil das kommt drauf an wie resilient bist du wie gerne arbeitest du wie fit bist du wie schnell möchtest du dich an neue Dinge eindenken wie sehr hast du eine Opfermentalität und denkst oh mein Gott kann ich alles nicht bin ich zu schlecht für geht nicht wie sehr sagst du passt nicht für mich ist nicht das Richtige das kann ich überhaupt nicht sagen du kannst eine Online-Selbstständigkeit du hast es jetzt gesehen sieben Business-Modelle in sieben Tagen eins davon war die Agenturakademie das habe ich nach zwei Tagen fertig gemacht und die ersten Kunden gehabt weil das Suchmaschine optimiert war es kann aber auch 100 Jahre dauern also das kommt ein bisschen darauf an dass du für dich die Entscheidung triffst ich denke nicht länger darüber nach dass ich jetzt ein Online-Business aufbaue sondern ich baue einfach ein Online-Business auf und dann kannst du dir theoretischen YouTube-Kanal starten und sagen hey ich möchte einen Kunden der mit mir arbeitet und ich helfe ihm das zu erreichen und morgen hast du einen Kunden so schnell kann es gehen ich würde sagen wenn du jetzt wirklich jetzt philosophisch fragst was ist die Online-Selbstständigkeit würde ich sagen gerade bin ich echt dabei erst eine Online-Selbstständigkeit aufzubauen obwohl ich das schon länger mache weil trotz GmbH trotz Team was ich jetzt nicht mehr bewusst nicht mehr habe weil es nicht zu mir gepasst hat generell das Thema Team nicht die Menschen an sich aber ich würde sagen wenn du anfängst so zu denken wie ich gerade in meinem Business denke mit Investitionen und mit Investitionen in Unternehmen und sowas alles und juggeln auch von Schwierigkeiten frag nicht Steuerberater Probleme Herausforderungen dass du wirklich merkst ich bin so komplett drin da also ich würde sagen meine Oma hat immer gesagt drei Krisen dann kannst du dich entscheiden ob du jemanden heiraten willst ich sehe es in meinem Business so drei Krisen wo du denkst oh mein Gott wie viel wachsen kann ich eigentlich in einem Tag dann denkst du jetzt habe ich ein Business aber du hast ja noch Online-Selbstständigkeit gefragt das ist leichter das kannst du ja ich würde schauen dass du dir jemanden suchst das ist gar nicht auf mich gerichtet du kannst dir jeden anderen auch suchen der das schon gemacht hat was du machst damit du nicht jeden Fehler selber machen musst ich sage ich habe es am Anfang auch nicht so gesehen ich dachte immer ja ich muss alles selber machen damit ich es lerne mache ich auch noch aber ich bin einfach verdammt schnell und brauche glaube ich für alles was alle anderen machen irgendwie zehn Prozent der Zeit deswegen biete ich auch solche Sachen an wie die Beratung online die neuen Programme weil ich weiß ich bin einfach viel viel schneller das ist halt ein riesen Mehrwert einer und anderer sogar andere Agenturen das hat meine Recherche und auch meine Erfahrung jetzt ergeben Agenturen brauchen wir Content-Strategie für Themen für Sales-Strategie Hanna wird zu wissen mit den Themen mit den Ideen die ich in unseren YouTube-Meetings habe brauchen dafür eine Woche und fünf Meetings und drei Kaffee und ich mache das in eineinhalb Sekunden weil das einfach aus dem FF so bei mir passiert ich habe nie darüber nachgehalten dass ich das monetarisiere aber jetzt tue ich das aber das heißt das sind einfach meine Stärken ich bin wahnsinnig schnell in der Hinsicht aber normalerweise würde ich deswegen nicht jeden Fehler selber machen nur mittlerweile ist es so dass ich versucht habe Unterstützung zu bieten zu holen und tatsächlich von 100 Euro bis 10.000 Euro an Kosten für diese Person und alle waren langsamer als ich und waren wie soll ich sagen nicht moderner als ich also immer es war alles komplizierter und umständlicher und ich mag es nicht wenn es zu kompliziert wird das ist meine Meinung meine Art hat auch einen Nachteil dass ich natürlich viel zu viel immer mache aber dadurch kann ich halt mir leisten sozusagen dass ich viel ausprobiere für meine Kunden und dann sage das sind fünf Business Modelle ich habe alle versucht für drei Monate das würde ich dir empfehlen und ich halte das auch ein bisschen für meinen Job wenn du das machen willst würde ich dir empfehlen dass du jemanden suchst wo du sagst das Leben was derjenige oder diejenige führt gefällt mir also zum Beispiel solltest du nicht von jemandem lernen das ist so eine große Erkenntnis in meinen Augen der keine Kinder hat weil der kann sein Business ganz anders strukturieren oder der Kinder hat die aus dem Haus sind oder der schon so weit dass er schon 30 Schritte weiter vor dir ist und jetzt schon seit 30 Jahren am Markt ist und gar nicht mehr weiß wie es ist ohne feste E-Mail-Adresse E-Mail-Liste Kunden zu gewinnen also solltest schon gucken dass er so fünf sechs Stufen vor dir ist aber es wird herausfordernd sein wenn du jemanden hast der das gar nicht mehr macht was du eigentlich machen musst zum Beispiel gibt es eine auf dem deutschen Markt das habe ich auch nur durch meine Kunden erfahren den Namen kenne ich aber den will ich nicht sagen die auch Online-Kurse anbietet aber sie hat sie macht nichts mehr selber davon also es wurde ihr alles aus der Hand genommen sie hat es bewusst aus der Hand nehmen lassen von einem großen Unternehmen über ihr das sie angestellt hat aber sie hat auch jetzt unter sich angestellt das heißt es gibt dann eine Marketingleitung Finanzleitung und dann Operations und alles was dazugehört Community Management sie ist kaum in den Meetings selber da wenn jetzt jemand bei ihr den Kurs bucht weil sie macht ja auch nichts mehr selber also was soll sie machen ja ich kriege einen Plan und dann sagt der Plan mir welche Videos ich filme soll und ich filme die Videos da kann man nicht lernen Business aufzubauen und wenn du dann überlegst dann lernst du von Leuten wie einer Marketingleitung in einem Unternehmen und einer Finanzleitung in einem Unternehmen etc denkt man im ersten Augenblick cool weil ich habe ja dann wirklich die Profis dort auf der anderen Seite ist es aber auch so solange du keine Marketingleitung keinen Finanzleiter keinen weiß ich nicht Community Manager hast brauchst du auch nicht von dem Pendant auf der anderen Seite lernen weil du musst es ja alleine umsetzen und eine Marketingleitung in einem Unternehmen hat den ganzen Tag nichts anderes zu tun du hast aber noch 18 andere Baustellen deswegen solltest du von jemandem lernen der auch zumindest nicht mehr ganz weit weg ist von ich habe 18 Baustellen habe sie alleine gemanagt weil sonst hast du einen Berg an Arbeit den man dir auflastet und Ideen und Themen und du wirst nie wirklich dazu kommen dass du auch umsetzt und das ist das Wichtigste dass diese Arbeit auch umgesetzt wird die du machen musst um dieses Business erstmal zu haben ja und wie gesagt Mütter da war mir ein Riesenaspekt dass ich immer gemerkt habe wenn ich mit irgendwas nicht wirklich harmoniert habe habe ich gesagt ja gut ich kann halt nicht den ganzen Tag sowas machen oder ich kann halt nicht so flexibel sein und dann gibt es mal so Ideen mit nimm dich mal eine Woche raus machen Brainstorming kann ich halt nicht nehme ich nicht eine Woche raus ich werde jetzt schon es ist 8 Uhr ich bin schon länger wach ich arbeite nachts hier oder früh morgens da kann man ich habe noch nicht mal die Chance zu sagen ich schließe jetzt das hier ordentlich ab eigentlich jetzt wenn ich filme ist so eine kleine Regel die ist aber selten klappt das auch normalerweise muss ich mich dann abbrechen und danach nochmal aufnehmen und dann wenn jemand mir sagt ja ich kann mal 4 Stunden Brainpower oder ich habe mal 4 Wochen mich in so ein Spa gesetzt und ein Konzept durchgefilmt keine Chance so und das ist einfach hilfreich wenn du jemanden hast der auch da eine ähnliche Lebenssituation hat weil man dann natürlich ganz anders arbeitet die Meetings werden anders gestaltet sein die Termine der Meetings viele dieser Coaches die eben keine Kids haben sind die Meetings abends das kann ich nicht meine Kinder sind abends brauchen die mich das sind so Sachen die ich so als kleiner Tipp sozusagen Behind-the-Scenes habe und vielleicht auch ein bisschen die Art also wenn du jemanden hast und du möchtest so sein wie er oder wie sie das ist gut aber wenn du weißt okay das ist jetzt Tony Robbins-Style der brüllt auf der Bühne ich möchte niemals auf einer Bühne brüllen kannst du nicht so viel von ihm lernen weil du musst dich ja zu sehr verstellen du kannst zwar von ihm lernen wie du dich siehst selbst siehst oder die Motivation aber du kannst das gleiche nicht umsetzen also das ist auch viel bei mir ich liebe ja Sales aber auf eine Art und Weise die nicht so offensichtlich in die Kamera schreien also wenn ich jetzt von so jemandem lernen würde auch wenn das ein Sales-Genie sein kann könnte ich das niemals nachmachen weil ich ja zwischendrin mir den Mund mit Seife auswaschen müsste und dann sagen müsste ich muss jetzt erstmal mich abduschen weil ich mich schleimig und eklig fühle wollen wir ja nicht also versuch ein bisschen von etwas zu lernen wo du dich mit der Person auch befasst und mit dem wo er herkommt was er gemacht hat dass es ein bisschen identisch einfach ist und du sagst ich respektiere auch die Person das ist nicht so eine Übernacht-Success-Story die irgendwie wie gesagt haben wir jetzt tatsächlich viele ich habe mein Studium abgebrochen nichts zu Ende gemacht und jetzt werde ich hier Business-Owner in meinen Augen ist das schwierig auch wenn die ihr Business geführt haben da gibt es natürlich auch ein paar gute aber oft sind die sehr gut in einem kleinen Bereich der halt ihn nach umgebracht hat solange du diesen Bereich lernen willst perfekt wenn du mehr lernen willst würde ich mich jemanden suchen der halt wirklich auch alles schon mitmacht oder macht deswegen Zeit in Anspruch nehmen ich würde sagen wie gesagt man kann es überhaupt nicht sagen das war die sehr lange Antwort um das zu erklären was ich mir aber also was ich dir empfehlen würde nimm dir ein Tag die Woche komplett auch wenn es am Wochenende ist jaul mich bitte nicht vor und sag ich muss am Wochenende Pause machen nein wenn du eine Online-Selbstständigkeit aufbauen willst arbeitest du halt jetzt mal eine Zeit lang durch ich habe ein Motto das heißt work hard once das heißt du willst wie jetzt bei mir auch sieben Sachen aufgebaut jetzt habe ich erst mal drei Monate entspanntes Leben aber work hard once okay stell dich darauf ein du beißt einmal die Zähne zusammen und baust was auf und du musst ein konkretes Ergebnis haben das du haben willst nach der Zeit und solltest jeden Tag eigentlich das tun damit dieses Ergebnis nach außen sichtbar wird also wenn ich jetzt sage du hast eine Sieben-Tage-Woche du willst jeden Tag was für dein Business tun ich würde dir empfehlen ich stehe jeden Tag eine Stunde, zwei Stunden früher auf dann ist dein Alltag genauso wie er ist aber du hast zwei Stunden jeden Tag frei um was für dein Business zu tun fang dann nicht an Netflix-Videos zu gucken oder weiß ich nicht E-Mails zu beantworten sondern mach dann kreiere etwas ob das ein YouTube-Video ist ob das eine Sales-Mail ist ob das eine Landungsseite ist wo die Leute testen können ob sie mit dir arbeiten wollen was auch immer das würde ich mir aufstellen so ein paar Assets dazu aufsetzen und habe ich nicht die 100-Tage-Challenge noch lasse ich mal gucken ja sag mal Bescheid wenn Hannah Bescheid sagt ich habe eine das ist ein PDF-Dokument das ist ein bisschen umfassend wahrscheinlich für jemanden der erstartet aber es gibt ein PDF-Dokument das heißt 100-Tage-Challenge also 100-Days-to-100-K ist jetzt zu viel aber da ist wenigstens mal das ist einfach nur ein PDF-Dokument wo 100 Aufgaben draufstehen vielleicht hilft das ihr gerne Bescheid sagen dann schicke ich das zu oder mir direkt schreiben an chris-mikus.de weil das ist glaube ich nicht mehr gerade irgendwo sichtbar aber da hast du zumindest eine Vorstellung auch wenn du nicht jede Aufgabe bekommt verstehst am Anfang ich habe das einmal auf Englisch alles aufgezeichnet aber das kann ich dir auch gerne natürlich geben aber dann weißt du zumindest was das sein kann dass du jeden Tag so ein bisschen was konkret hast und ein Ergebnis hast das finde ich als sehr hilfreich weil du dann auch siehst du arbeitest an etwas und nicht einfach siehst ja ich hustle hier rum aber ich habe natürlich keine Motivation weil ja auch kein Ergebnis da ist das Schlimmste was du machen kannst ist fangen mit einer Webseite an wenn du da ich brauche auch lange mit Webseiten das ist sehr anstrengend und das ist halt nichts was den Kunden bringt also da würde ich lieber Videos filmen okay also das ist meine Meinung wenn du sie aufbauen möchtest ich würde sagen wenn du fit bist wenn du gut bist wenn du Gas geben willst machst du jeden Tag zwei Stunden bevor alle anderen wach werden sagen wir alle 14 Tage einen ganzen Tag und dann bist du in drei Monaten hast du deine ersten 2.000, 3.000 Euro wie sorgt man für einen gut geschützten datensicheren virtuellen Raum ich habe keine Ahnung was du damit meinst du kannst Run&Eye buchen wir sind DSGVO konform plus alles mögliche ich würde dir empfehlen dass du deine eigene Hardware absicherst gerade Datenschutz bedeutet ja auch dass du dokumentierst was du mit den Daten der Kunden machst das heißt du solltest gucken welche ganzen Apps mach einfach eine Liste welche Apps habe ich auf meinem PC wer hat darauf Zugriff welche Apps haben Zugriff auf die Kunden oder auf Kundendaten an sich möglichst wenig Tools nutzen wo irgendwie eine Kundendatengeschichte gespeichert wird nicht irgendwie die Kundendaten in deinem persönlichen Postfach oder so speichern sondern wirklich alles immer bei einem System laufen lassen dass man das nachvollziehen kann wenn du irgendwann Datenschutzbeauftragten haben müsstest oder jemand das kontrolliert dann wird gefragt okay wo kommen denn die Daten her wo werden die verarbeitet und wer sieht das das ist meine große Meinung möglichst wenig Tools auch wenn ich ein Tool Junkie bin und 1.000 ausprobiere meine Kunden sind meistens tatsächlich nur in Run&Eye und in ClickUp mehr nutze ich nicht virtuell Zoom ist glaube ich mittlerweile sehr sicher tatsächlich glaube ich ist Google auch richtig sicher geworden Google Rooms das ist ja mit drin kostenlos wenn du ein Google Domain ein Google Account ein Google Works Abo abschließt viele wechseln tatsächlich gerade von Google Meet heißt es sorry von Zoom auf Google Meet das ist glaube ich sehr sicher also ich glaube aber auch Zoom ist mittlerweile fein falls du jetzt mit virtuellem Raum meinst diese Meeting Präsenz macht es Sinn Run&Eye zu nutzen wenn du zunächst nur One-on-One Coachings anbieten möchtest ja auf jeden Fall also Run&Eye hat ehrlich gesagt nur als Nischenprodukt diese Online-Kurse Community Membership wir programmieren das gerade noch ein bisschen neu dass wir auch noch Community Teil haben aber es ist eigentlich eine Agentur slash Coach slash Ärzte slash One-on-One Software also du kannst einzelne Rechnungen erstellen wiederkehrende Rechnungen erstellen die überhaupt nichts mit einem Abo-Modell sozusagen zu tun haben was jetzt ein Kurs wäre du hast einzelne Kundenkarteien einzelne Kundenmeetings du kannst dann aber immer sagen was ich ganz schön finde wenn es jetzt One-on-One ist du hast halt dann die Plattform der Kunde hat eine eigene App kann sich auch einloggen in der Plattform das wäre dann jetzt dieser Membership Kursbereich und alles was du mit ihm One-on-One gemacht hast ist halt danach im Recording da abgespeichert aber das Management für die Kunden die einzelnen also wir haben so ein Pipeline System was eigentlich auch im Sales ist aber das nehmen viele von unseren Coaches auch für die Kunden also zu sagen hey wir haben jetzt hier Kunden mit Onboarding Phase 1, 2, 3, 4, 5 dann laufen die da durch dann sieht man genau was man für welchen Kunden machen muss du kannst Umfragen Surveys, Assessment alles in One-on-Eye abdecken also viele unserer Kunden sagen dann auch ich möchte diese regelmäßigen also die haben dann je nach Stufe einen Fragebogen wie so ein Intake und dann wird neue Coaching Sessions aufgesetzt kannst Coaching Pakete machen wie gesagt Rechnung, Mahnung alles also ja ist eigentlich ein Agentur-Slash-Beratungstool eigentlich ein All-in-One-Business-Tool aber ein Baustein ist jetzt dass ich einfach gemerkt habe ich bin natürlich möchte natürlich einen Kurs anbieten also war das der Teil der sehr schnell rein musste ist der Run-on-Eye Kurs auch für Psychologien geeignet und wenn ja warum ihr habt echt schöne Fragen lass mich überlegen was du damit meinst der Run-on-Eye Kurs also Run-on-Eye ist ja kein Kurs Run-on-Eye ist ja eine Software also Run-on-Eye ist eine Software wo du sagen kannst ich kann meine Website darauf machen meine Landungsseiten Unterschied Website Landungsseiten ist Website ist eine Website die bleibt wie sie ist da kannst du dich informieren etc dann gibt es Blogseiten die aktualisieren sich regelmäßig durch Blogartikel und dann gibt es Landungsseiten die sind für einen Zweck da ist oft kein Menü oben drauf sondern das heißt eigentlich nur du sollst hier drauf gehen sollst nirgendwo anders hingucken und sollst das mal was ich hier sage auf den Button drücken das war's kategorisch mag ich den Ansatz nicht weswegen bei mir häufig sieht es dass die Landungsseiten auch komplett Menü oben haben damit du wieder zurückgehen kannst aber eigentlich ist das der Ansatz dass man sagt hey Landungsseiten eine Sales Page ist zum Beispiel eine Art von Landungsseiten du sollst dich da anmelden und das war's oder buchen und das war's aber das kannst du natürlich alles bei uns abdecken die Funnels sozusagen auch also wenn jetzt jemand gebucht hat darf er danach das nächste Produkt buchen dieses was eigentlich üblicherweise gemacht wird mit dann Countdowns und so auch wenn ich es nicht anwende will ich es meinen Kunden natürlich bieten ich nutze Funnels eher um einen Ablauf zu bestimmen zum Beispiel jemand guckt sich die Seite an bucht kriegt dann eine Thank You Page also hey schön dass du da bist guck mal hier nächsten Schritt Onboarding kriegt dein Onboarding Formular also das heißt ich nehme das als Kunden Journey sozusagen die nächsten Schritte dann sehe ich prozentual immer sehr schön wo der Kunde ist wo er hängen bleibt was die nächsten Schritte wären das ist sozusagen alles was die Webpräsenz betrifft du hast die Möglichkeit dass du deinen eigenen Kalender reinstellst die Leute mit dir Termine ausmachen können wie ich schon angesprochen hatte bezahlt oder nicht bezahlt oder sich erstmal bewerben müssen und du entscheidest dann ob du einen Termin mit ihnen wahrnimmst oder nicht was ich jedem empfehlen würde der Einzelcoaching anbietet du kannst das komplette CRM System dort drin haben also du kannst die Kunden einzeln anlegen du kannst mit den Kunden einzeln schreiben du kannst sie anrufen aus dem System du hast wir haben zwei Apps eine App die du hast die sieht momentan noch furchtbar rosé aus wenn du auf jedem App Store auf Run on Eye gehst schau sie dir gerne an aber sei nicht böse ich hasse diesen Rosé Ton das ist etwas was wir gerade nicht rausprogrammiert kriegen weil wir gerade die komplette das komplette Backend der App auch bearbeiten und deswegen dass irgendwie jetzt gerade leider der drin ist dass ich die Farbe nicht ändern kann furchtbar aber der Kunde sieht es zum Glück nicht so hässlich der Kunde hat eine andere App wenn er einen Kurs von dir kriegt dann hat er so eine Kurs App wo alles so App ähnlich dargestellt wird das heißt er öffnet das und dann kriegt er auf seinem Handy gefragt möchtest du das als Button sozusagen auf seinem Handy speichern dann hat das dieses App Format sieht sehr sehr schick aus sehr sehr schick fast schicker manchmal als das Online Format aber die App die du nutzen kannst auf dem Handy wie gesagt kannst du dir runterladen das ist ja ich meine die kannst du dir auch ohne Account runterladen zumindest kannst du sie dir ansehen da siehst du die Kundendatei kannst Notizen machen kannst die Aufgaben für jeden Kunden eintragen kannst wie gesagt ihm aus dem System raus anrufen dann musst du nochmal eine Nummer on top dazu buchen oder deine eigene nehmen ich glaube beides geht mittlerweile aber dann wird es auch getrackt der Call den du da hast du kannst ja Rechnung direkt aus der App sogar schreiben an den Kunden was haben wir noch im CM du kannst eigene Felder anlegen wenn du jetzt sagst ich will bestimmte Sachen von dem Kunden abfragen die jetzt nicht üblich sind dann kannst du dir eigene Felder hinterlegen und dann kannst du natürlich E-Mail Marketing an den Kunden machen du kannst deine ganzen Social Media Messages da verwalten also wenn du TikTok Instagram LinkedIn und Co hast dann werden alle Messages auch dort gezeigt heißt du kannst in Zukunft ich habe ja kein Instagram mehr aber viele Leute schreiben über Instagram dadurch beantworte ich die einfach in Run on Eye direkt weil ich die dann sehe unter dem Kundenprofil und kann direkt schreiben und antworten du kannst wieder Rechnung erstellen du kannst auch Subscriptions anlegen also dass man monatlich etwas zahlt automatisch abgebucht was eher in dieser Kursrichtung wäre bei Rechnungen kannst du aber auch einmalige wiederkehrende oder sogar auf Autopilot gezahlte Rechnungen das finden viele Coaches hilfreich weil dann sagt der Kunde einmal okay das ist die Rechnung für die nächsten 10 Sitzungen die können automatisch zu einem bestimmten Zeitpunkt eingezogen werden du kannst automatisierte E-Mails dort verschicken aber auch nicht automatisierte E-Mails dort du kannst SMS dadurch verschicken automatisiert oder nicht automatisiert der kann alles ich mir echt überlegen du kannst deine kompletten Social Media Profile dadurch auch posten also du kannst Instagram Stories dort posten und vorbereiten und einplanen und schedulen und normale Instagram Bilder natürlich auch auf LinkedIn auch auf TikTok auch du kannst Anzeigen daraus schalten dann siehst du die ganze Statistiken direkt in in Run on Eye also die Google und Facebook Anzeigen Statistiken du kannst ich müsste euch mal auf der Webseite anschauen da ist eigentlich jeder Use Case irgendwie ein bisschen beschrieben ich würde sagen das einzige was du vielleicht noch brauchst wenn du sagst also Zoom also on top dass du noch ein Tool hast um Meetings aufzunehmen oder Meetings zu halten ja ansonsten vielleicht noch ein Tool wie Loom L-O-O-M wenn du jetzt nochmal so Screenshare-Videos aufzeichnen möchtest ansonsten ist alles drin du kannst unbegrenzt viele Videos hochladen unbegrenzt viele Bilder abspeichern ich wüsste nicht was sonst noch fehlt vielleicht fällt mir noch was ein wir haben KI tatsächlich also wir haben künstliche Intelligenz wie Chat, GPT ein bisschen anders das heißt du kannst automatisch E-Mails schreiben Blogartikel schreiben Postings schreiben was auch immer dazugehört ja das ist es aber deswegen ist es halt kein Kurs sondern es ist eine Software allerdings gibt es vielleicht meinst du das zu Run on Eye ergänzend einen Kurs wenn du auf Run on Eye.de gehst siehst du das auch als so Button dann kannst du dir das Video dazu mal anschauen das ist die Acht-Wochen-Challenge die bis zum Sommer-Challenge wo ich wirklich Schritt für Schritt mit allen mit alles mit dir durchgehe da haben wir jetzt wirklich Freunde so erstellst du die Webseite mit einem eigenen Template dafür bis hin so machst du Onboarding für die Kunden mit E-Mail-Templates dazu und wenn du Run Eye buchst kriegst du auch alles schon in dein Account geladen das heißt du hast Website-Templates drin diverse du hast E-Mail-Sequenzen drin diverse die du nutzen kannst das ist eigentlich alles schon aufgesetzt du musst nur ein bisschen entscheiden was nutzt du was nicht und das wird in diesem Kurs sozusagen nach und nach besprochen wir haben jetzt heute den ganzen Membership-Teil fertig gemacht wie du da auch Produkte anlegst Subscriptions anlegst weil Produkte sind ja auch die Produkte die du dann die Kunden normal verkaufst wie du Assessment machst Surveys machst Checklisten also du Quizze drin hast das habe ich jetzt auch noch abgefilmt und das Quiz kannst du überall einbetten wo du möchtest du musst jetzt nicht in einem Kurs oder so sein und jetzt obwohl das Quiz muss in einem Kurs sein der Survey also der erste Umfrage muss nicht in jedem kann überall anders sein und die Formulare und jetzt im nächsten Schritt geht es dann weiter wie du das ist interessant für Coaches tatsächlich wie du solche Fitting-Calls also Kennenlerngespräche ansetzt und auch vermarktest wie du Onboarding für Coaching-Kunden machst wie du das monitorst in Progress also alles was wir so ein bisschen gerade besprochen haben mit welche Stufen die durchlaufen das wird jetzt nächste Woche besprochen beziehungsweise diese Woche und dann kommt das auch live und das ist einfach kostenlos on top was wir zusätzlich haben weil ich weiß wie software-technisch das manchmal für viele Leute ein bisschen schwierig ist ist dass wir in Run-on-Eye zwei Termine in den Monat haben das heißt wir haben jeden ersten Dienstag das ist nach dem The-Program-Meeting mit meinen Kunden ich habe nur Dienstagstermine haben wir ein Onboarding-Call für alle die dabei sind und das ist meist eine Mischung von Onboarding und neue Features ich muss sagen im Schnitt haben wir mit Sicherheit fünf, sechs neue Features fast jeden Monat mittlerweile das sind manchmal Kleinigkeiten wie oh ja Multi-Language-Support du kannst jetzt Deutsch überall einstellen oder das sind riesige Sachen wie eben KI-Lounge und was man damit rausholen kann das ist so der erste Dienstag in einem Monat immer also ich würde sagen so um zehn haben wir unser Program-Meeting also ich würde sagen normalerweise 11.30 Uhr fängt das an für eine halbe Stunde eigentlich nur je nachdem wie viele Themen es sind Onboarding ist generell das sind die ersten Schritte aber meistens ist es eher so ein New Features Update aber wenn jemand jetzt wirklich neu dabei ist und hat Fragen dann kann man die auch darstellen ansonsten haben wir 24 Stunden Chat-Support sowieso drin da ist eine Chat-Bubble da ist auch ein ganzes Help Center drin aber da ist auch der Support englischsprachig aber tatsächlich ist der deswegen immer da und das sind auch die IT-Leute also wenn da was ist einfach mit Google Translate dann die sind auch nicht alle immer komplett Muttersprachler Englisch also von daher klappt das das ist immer sehr gut und wir haben jeden letzten Dienstag das ist nach meinem CEO Call also wenn du irgendein Programm bei mir hast was nicht Run-On-Eye ist sondern bei mir Cosmicus hast dann hast du Zugriff auf den CEO Call das ist ein Behind-the-Scenes-Update sozusagen aus meinem Business wo ich manchmal neue Themen vorstelle neue Strategien vorstelle oder einfach Behind-the-Scenes-Sachen teile und wenn man dann wir haben eine Stunde angesetzt und wenn es Zeit ist dann kann man jede Frage der Welt stellen das ist immer sehr sehr cool und ich habe mich vor ein paar Wochen entschieden den aufzumachen und nicht nur an The-Program-Kunden an jeden anzubieten für jeden anzubieten ich bin noch nicht perfekt drin das zu promoten ich weiß ich muss vielleicht noch mal die Leute dann das auf den Schirm rufen dass man da teilnehmen kann aber wenn du dann irgendetwas von mir gebucht hast sei es der YouTube-Kurs sei es der Course Creator Kurs dann hast du da auch Zugriff drauf und nach diesem jetzt letzten Dienstag des Monats letzten doch letzten Dienstag des Monats gibt es auch den Q&A Call für Run-On-Eye ich bin gerade nicht ganz sicher ob einer der beiden Calls doch ich glaube die sind jeden Monat manchmal natürlich nicht aber dann haben wir so eine Band-Kalender aber in diesem Q&A Call kann jeder mit reinkommen und alle Fragen stellen und dann ist es auch wirklich so dass ich dann sage okay du willst das und das umsetzen hier meine Tipps ich werde natürlich nicht komplett die Business-Beratung darin geben weil das ist natürlich in meinem Business-Programm der Fall sondern hier geht es eher um die technische Seite aber wenn du mir dann die Freigabe gibst sage ich ey ich gehe mal kurz an deinen Account weil ich bin ja Admin und dann kann ich kurz gucken was ist da schiefgelaufen warum geht was nicht dann wird das eben verändert ja klar in der Gruppe haben wir so ein Feature wo wir die Privacy-Screen haben dass man nicht deine Daten so sehen kann oder ich nehme einfach das Teilen eben raus das Sharing aber so hilft das oft also dass man sagt okay bevor ich jetzt 100 Jahre selbst rein doktere warte ich bis zu dem Call und dann frage ich Chris und dann baut sie mir das eben auf oder sagt mir wie das am besten wäre ja das sind glaube ich alle Fragen gewesen krasses Tempo ja das freut mich ja ja wir haben ich habe sehr viel Tempo gerade ich habe immer so eine Phase ich weiß nicht das merkt man ja dann die Psychologin werden mir auch sagen können wahrscheinlich warum das so ist ich habe selbst Psychologie studiert tatsächlich ich habe Ökotrophologie und Psychologie studiert zusätzlich zu BWL oder nein Ökonomie BWL und VWL aber dennoch ist man natürlich mit sich selber nicht so wie ja andere vielleicht das sind und ich habe immer solche wie soll ich sagen so hoch und runter das heißt es fängt an mit ich bin einfach ganz entspannt und dann alle zwei Jahre dreht sich einmal alles und ich merke dann ich muss was Neues machen ich möchte den Markt so ein bisschen verändern und das ist tatsächlich wieder der Fall also mit Uplevel es war damals das was jetzt der Program ist automatisiertes Sales und Marketing war der erste Schritt eigentlich wäre automatisiertes High-Ticket-Verkauf also wie kannst du ein 10.000 Euro-Produkt verkaufen ohne dass du jetzt ein Fitting-Call und sowas anbieten möchtest fand ich aber eine Situation aktuell unpassend deswegen geht es jetzt um so baust du eine Agentur auf weil es passt einfach zu dem Markt besser und eine hybride Remote-Beratung und das ist glaube ich einfach nötig bei mir also alle zwei, drei Jahre muss ich einmal so eine Innovation haben das ist sehr anstrengend weil natürlich das noch kein Mensch kennt und jeder sich wundert warum man jetzt eine Subscription-Consulting oder Subscription-Content-Creation haben kann aber Content-Strategie aber ich glaube das wird sehr gut ja also sag mir Bescheid wenn du noch Fragen hast wenn es noch Wünsche gibt gerne direkt auf Instagram anschreiben gerne auch über Hanna gehen wie du magst auch wenn du Fragen zu den Produkten hast sag gerne Bescheid und dann vielleicht sehen wir uns vielleicht hören wir uns und Hanna ich danke dir sehr wir sehen uns im nächsten YouTube-Meeting und es freut mich sehr dass der Tipp dir geholfen hat mit Hände zeigen im Video habe ich jetzt am Ende nicht mehr gemacht aber jetzt kommt es ich habe aber schon ein paar Videos gefilmt ich bin schon leicht das erste Mal wieder müde so ihr Lieben ich danke euch und habt eine großartige Zeit und einen großartigen Tag ich nehme mit Händel sehen wie gleich bis bis bis